leute ist doch ganz klar ja viele fragen mich natürlich immer wieder mensch markus baby mensch markus baby fragen mich natürlich immer warum bist du einfach immer so bestens gelaunt ja ich meine du wirst angefeindet du hast die bausache wenzel du bist den umfangreichsten rechtskampf deutschlands wie kann es sein dass du immer so gelaunt also gut gelaunt bestens gelaunt am start bist ja ganz einfach erklärung ich bin arno dübelboss mir geht es einfach wirklich hervorragend ich konzentriere mich immer auf die beste auf die schönste seite des lebens auf die positive seite des lebens das ist für mich echtes leben und schon immer ja ich bin es gibt für mich keinen grund dieses herrliche leben nicht einfach schön zu genießen immer ja und ja ich kann ja auch jeden tag machen was ich möchte ich bin nicht so gebunden wie andere die irgendwas machen müssen jeden tag oder sich morgens zur arbeit schleppen oder in ihren buden rumhängen und nur ein computer unter den fingern haben um irgendeinen schrott ins internet zu schreiben ja um irgendwelche lügen zu verbreiten habe ich nicht ich bin hier ordentlich mache einfach jeden tag das was ich möchte jeden tag jeden einzelnen tag ja und wenn ich und wenn ich jetzt noch 40 jahre schlafen möchte ja dann schlafe ich 40 jahre durch leute wacht auf ich bin derjenige mit dem herrlichsten leben überhaupt so ich fühle mich auch super wundervoll ja ganz ehrlich bin natürlich top im saft top model model figur muskelboy ja wie viele auch sagen klar habe auch übrigens auch schon drehanfragen erhalten gerade so für podcasts ja ich soll jetzt hier irgendwie mich mal für podcast sachen bereithalten produktionsfirmen wollen halt mich den boss natürlich klar warum also noch mal warum ganz im ernst weil ich will bin ich bin einfach echt ja ich bin ungeschminkt ja ich schminke mich nicht habe keine kosmetikerin ich mache einfach alles ordentlich versteht ihr das ja habt ihr das verstanden ja ich bin der boss alles ist gut mir geht's bestens leute aufwachen ich habe noch eine schaufel in der hand die schaufel werde ich jetzt hier an die wand stellen das ist jetzt hier meine arbeitsaufgabe gewesen für den heutigen tag und da wollen wir mal sehen ob wir noch zum strand fahren jetzt gleich vielleicht zum jachthafen noch mal ganz kurz ja da habe ich auch ganz gute verbindungen ja da könnte man mal mit einem boot rausfahren jetzt denn sind ja immerhin zehn grad voll sonne vielleicht ist das auch schon mal was fakt ist es gibt einfach tolle sachen im leben zu erleben und das müsst ihr sehen ihr müsst das sehen bleibt motiviert lasst euch nicht unterkriegen lasst euch nicht erdrücken von irgendwas von irgendwelchen lügen dämlichen kommentaren das seid ihr doch nicht ihr seid motiviert ihr seid gute leute ja wenn ihr fragen habt oder wenn ihr motivations ansätze braucht schreibt in die kommentare schreibt mir und ich bin euer positiver typ ja versteht ihr das ja befasst euch nicht mit schmutz mit dreck mit lügen mit negativen sachen seid einfach seid einfach echt seid real so wie ich ja 100 prozent unverstellt ja und das ist das was zählt im leben euer markus boss mwe unternehmensgruppe arno dübel boss rechteinhaber seit 2011 ja und natürlich noch mal dazu werde ich gleich noch was sagen ich bin inhaber aller medien markenrechte zu deutschlands frechsten arbeitslosen arno dübel macht was gibt gas immer alles geben das kennt ihr von mir immer alles geben das meine ich ernst vollgas